Seit vier Jahren hast du Angst vor diesem Tag. Du hast es immer gewusst. Die anderen haben es ihr so durch Zufall erfahren. Von Freunden. Wieder andere von Bekannten. Viele von beiden. Andere von gar niemandem, weil sie weder Freunde noch Bekannte haben. Die erfahren es dann aus dem Fernsehen. Am Morgen dieses Tages stehst du auf wie immer. Du frühstückst und liest deine Zeitung. Also die Schlagzeilen. Auch wie immer. Da steht es aber auch schon drin. Ganz oben. Ganz fett. Das ist der Tag der Entscheidung. Deiner Entscheidung. Das verwirrt dich noch mehr. Du willst es hinauszögern. Hoffen, dass du es vergisst im Lauf des Tages. Besondere Angst hast du vor dem Kreuz, das wie eine Drohung über dieser Urne hängt. Du weißt nicht, wohin mit diesem Kreuz. Du fließt davor. Machst einen Spaziergang. Gehst in dich. Kommst enttäuscht zurück. Du hast dich doch nie mit diesem ganzen Quatsch beschäftigt. Pakete, Reformen. Das roch alles nach faulen Eiern, nach abgestandene Mief. Was also tun heute? Sich die Augen verbinden und dann einfach blind drauf loskreuzen? Mit Glück wäre der Wisch ungültig. Mit Pech wären danach zwei Kreuzchen bei der Partei Bibeltreuer Christen. Erst- und Zweitstimme. Das kannst du doch auch nicht wollen. Dann lieber sehenden Auges ins Verderben. Vielleicht ein Zeichen setzen. Da reingehen ins Wahllokal. Zwei Kreuzchen machen bei den grauen Pantern. Dann aufstehen und laut rufen. Alle mal herhören. Ich habe gerade zwei Kreuzchen bei den grauen Pantern gemacht. Mit Erst- und Zweitstimme. Und mit meinen Dritten auch. Was wäre dann? Wäre deine eigene Stimme ungültig? Oder hättest du dich einfach nur so zum Affen gemacht? Aber alle würden aufschauen. Und abends wärst du in den Nachrichten. Peter Klöppel würde dich anmoderieren. Er würde sagen, Skandal. Wähler gesteht, wen er wählt. Ob es Tote gab und wie viele Deutsche unter den Opfern sind, fragen wir gleich unsere Reporterin Antonia Rados in der Wahlkabine. Alles nur Fantasie.